Chagoi Dainichi Bota an 40 cm. Schlecht wissen wir nicht, wahrscheinlich männlich. Das ist diese Metallic-Schiene, sieht man sehr schön am Kopf. Sehr schöner Fisch, 40 cm ist ein gutes Maß. Die sind frischer Nisei, sind hier aufgewachsen. Kann durchaus 70 cm schaffen, viel größer wird er nicht. Aber qualitativ ist er sehr schön, also Ländressat kann nicht mehr.